Ja, ob das so eine krumme Strecke auf der 200 und 400 Meter Läufer aufeinandertreffen oder eben auch 200, 400 und 400 Meter Hürdenläufer. Auf Nummer 3, Jakub Zlodaska aus Tschechien, ganz schnell unterwegs. Der Top-Sophias Erster auf die Zielgeraden und jetzt hier auf den letzten Meter, Jakub Zlodaska von Olympia Kahn. Die Läufer werden hier von der Luzki-Tschechien-Sophon 33,7 und 90.